Fischi Dulu apa? Also for fishing And we can place it inside here like water and take up But not for a white shark Wasamanuelan, we've had the shark swimming Salt water Yeah They are the lotus blithing there in the middle No 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 Ja Da aus dem 17. Jahrhundert. Also das heißt, der Tempel wurde 1759 aufgebaut von den ersten Hindus, die hier gekommen waren und haben dann damals diese Wasserquäle hier gefunden. Und dann sind die dann hier niedergelassen. Also dann sind die dann hier geblieben und dann bis jetzt natürlich. So, das gespaltene Tor auch wieder mit Duarapala. Das ist eine echte Duarapala-Figur aus dem 17. Jahrhundert. Das sind ja die Mangostinbäume, die viele Bäume da. Genau. Ja, Mangostin. Da hängen die. Es wird dunkel, ja. Wenn die groß sind oder reif sind, die werden dunkel. Das ist einer der Lieblingsfrüchte von vielen Menschen. Ja, genau. Die heißen Mangies bei uns, ne? Mangies. Ja, vielleicht in den Marken, in den Ständen, da. Früchten Ständen, ne? Ne, ne. Die sind so rot mit Stacheln. Na, das hier? Nein. Das hier? Nein. Ah, nein. Lichis. Entschuldigung. Lichis. Lichis. Rambutan. Nein, das ist ein Rambutan. Das ist Mangostin. Mangostin. Hab ich recht. Rambutan. Ja, es ist weich. Entschuldigung. Ist das so weiches, süßes Rambutan? Ja. Genau. Weißes, weiches Fruchtfleisch. Ja. Genau. Ja, das weiß ich. Ja, ja. Wern wir doch finden. Rambutan. Rambutan, genau. Die lichisartige Fruchtfleisch. Ja. Ich glaube, das kenne ich nicht. Ja. Dann, das ist, die sind ja Mangostin, ja? Sind die reich? Ja. Bekommt man sie nicht zu kaufen? Ja, ich glaube schon, ja. Vielleicht werden wir dann in den früchten Ständen finden, in der Macht. Ne, das ist gut. Man passt, bleibt uns. Wir hatten noch guten Kontrast. Ja, grüß. Ja, gut. Ja, gut. Ich kann mich sagen. Das ist der Kontrast in der Mitte, ne? Der Weg, meinst du jetzt? Ja, genau. Ist neu, ja? Ist neu. So, hier ist ein Video-Konfluss zwischen dem Hindu-Tempel und dem anderen für die Multifacte. Ja. Ja, da gibt es dann drin verschiedene Gebäude für bestimmte, für verschiedene Glauben, ja? Für verschiedene Religionen, ja? Einen für Hindus und einen für Muslimen, ja? Und die sind auch schon Christen da, ja? Oder die Buddhisten, ja? Wie das? Da fragt man sich, weil man sich überessen ist. Wie das? Da fragt man sich, weil man sich überessen ist. Woanders kriegen die sie gleich. Ja. 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 Vielen Dank.